Herzlich willkommen! Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man Funktionswerte grafisch ermitteln kann, solltest außerdem bereits wissen, was man unter Differenzierbarkeit und der Ableitung einer Funktion versteht und du solltest bereits den Zusammenhang zwischen der ersten Ableitung und der Steigung der Tangente an den Graphen kennen. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam einen Weg finden, so dass wir den größten Funktionswert einer differenzierbaren Funktion in einem abgeschlossenen Intervall grafisch ermitteln können. Zunächst aber ein kurzes Beispiel. Wir sehen hier den Graphen meiner Funktion v. Diese Funktion v ordnet jedem Zeitpunkt t die entsprechende momentanen Geschwindigkeit v von t eines Fahrzeugs zu. Jetzt könnten wir uns zum Beispiel die Frage stellen, was war die höchste Geschwindigkeit unseres Fahrzeugs im Intervall 1,6? Wie könnte man das ganz einfach grafisch ermitteln? Wir suchen also den größten Funktionswert einer differenzierbaren Funktion in einem abgeschlossenen Intervall, allgemein einem abgeschlossenen Intervall a, b. Das heißt, wir haben so eine Situation gegeben. Und wie können wir jetzt vorgehen? Wir legen jetzt ein Geodreieck parallel zur x-Achse, so dass der Graph in a, b unterhalb verläuft. Und dann verschieben wir es parallel nach unten, bis wir erstmals in a, b auf den Graphen treffen. So können wir tatsächlich mit ganz einfachen Mitteln diesen größten Funktionswert ermitteln. Bei dieser Funktion f wird der größte Funktionswert an einer Stelle xmax im Inneren des Intervalls angenommen, wie wir hier links erkennen können. Die Tangente an den Graphen ist im Punkt xmax und f von xmax daher horizontal. Was gilt dann für f' von xmax? Nimm dir kurz Zeit, pausiere kurz das Video, um diese Frage zu beantworten. Wir haben bereits festgehalten, dass die Tangente an den Graphen im Punkt xmax und f von xmax horizontal ist. Das liegt daran, dass die Tangente ja dann genau der Verlängerung unseres Geodreiecks hier entspricht und die ist genau parallel zur x-Achse, weil ja auch das Geodreieck genau parallel zur x-Achse nach unten verschoben wurde. Was bedeutet das jetzt für die erste Ableitung? Wenn wir uns jetzt diese Tangente genauer anschauen, dann erkennen wir, dass diese Steigung 0 hat und wir wissen auch, dass die Tangentensteigung genau der ersten Ableitung der Funktion an dieser Stelle hier entsprechen muss. Das bedeutet f' von xmax ist gleich 0. Wie sieht aber dann die ganze Sache aus, wenn jetzt dieser größte Funktionswert nicht im Inneren des Intervalls angenommen wird, sondern am Rand. Schauen wir uns dafür auch noch ein Beispiel an. Bei dieser Funktion g hier wird der größte Funktionswert jetzt an der Stelle a hier also am Rand des Intervalls angenommen. Die Tangente an den Graphen ist im Punkt a, g von a, dann aber hier nicht horizontal. Das bedeutet, wenn der größte Funktionswert am Rand angenommen wird, dann muss die erste Ableitung an dieser Stelle hier nicht gleich 0 sein. Im nächsten Video gibt es zu all dem ein Beispiel.